Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal ein Ründchen Battlefield V tatsächlich, weil die 24-7 Operation Underground Liste ist wieder da. Und da habe ich aber richtig Bock drauf, Alter. Das ist übrigens das Spiel, was ich neben World War II, also Call of Duty die ganze Zeit spiele. Ja, oh man, die habe ich beide perfekt. Und ja, alteingesessene Battlefield-Spieler werden mich für meinen Spielstil hassen. Tut mir auch irgendwo leid, dass ich so Camping spiele, aber mir macht das halt einfach Spaß, Mann. Ich liebe dieses MG einfach nur, Alter. Das ist so nice. Dieses Feeling, Alter. Weg mit dem. Perfekt, den habe ich. Oh man, Alter, es läuft. Naja, ich bin auf jeden Fall so ein klassisches Arschloch, was mit einem MMG die ganze Zeit irgendwo rumliegt. Wo ich mich gerade relativ viel bewege, muss ich sagen. Ja, mir ist auf jeden Fall durchaus bewusst, dass Battlefield 0 realistisch ist, aber man hat halt die Waffen so benutzt. Und dadurch hole ich mir ein bisschen Realismus in dieses Spiel, weil ich das absolut feiere, diese Massenschlachten und so. Das ist für mich einfach voll pur Krieg, so. Oh, es geht mir gerade viel zu schnell hier, Alter. Eben gerade, wo ich noch nicht aufgenommen habe, saß ich eine halbe Stunde in einer Runde. Naja, und zwecks dem bisschen Realismus zurückholen. Ich spiele Battlefield schon immer so. Und ich hatte gestern schon so ein Karabiner 98 Video, wo ich meinte, ich stehe auf diese Waffe. Und ich muss sagen, auf MG 42 stehe ich aber auch übelst, Alter. Feier das total. Ich rechtfertige mich hier die ganze Zeit, bevor das Video überhaupt richtig losgegangen ist, dass ich es ein bisschen gammelig spiele mit der Waffe, wenn man die in echter auch so benutzt hat. Aber irgendwie spiele ich bis jetzt gar nicht gammelig. Hm, naja, dann ist das wohl so. Ich bin gar nicht gesehen. Boah, Alter, ich bin jetzt weggeflogen. Ja, wir sind schon fast einmal durch, Alter. Das ist doch voll scheiße. Ja, das war ja richtig langweilig jetzt. Naja, dann wohl noch eine zweite Runde hinterher. Das hatte ich jetzt zwar gar nicht vor, aber okay. Wird wahrscheinlich besser geklappt. Hätte sich das Teil auch mal aufgestellt. Ja, wow, ich habe einen Kill. Wow, ich habe noch einen. Wie, doch nicht. Ja, oder habe ich ihn? Ja, habe ich gesehen. Perfekt. Ja, toll, B ist schon weg. Oh, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Werf doch zurück. Er ist im Schockzustand. Ja, Mann, ich habe ihn doch noch gesehen. Ähm, weg mit dir. Nice. Boah, da war doch noch einer. Cool. Na, läuft doch doch ein bisschen. Ah, fuck. Ist schon schlau, mit Rauch zu spielen. Das fuckt bloß halt ab, ne? Boah, Alter. Wie dachte ich, das ist Battlefield und kein Horrorspiel, Alter. Gar mal, der übelst durchgeprescht. Stump-Jump-Scare-mäßig. Deswegen ist es mal ein bisschen spannend, weil... ...so schnell kommen sie doch nicht durch. Ich sehe nicht. Ja, Mann, die habe ich. Ja, Mann, die habe ich. Ja, Mann, die habe ich. Ich habe bisher wirklich ungelogen, ohne Ausnahme, in jedem Battlefield-Teil bisher, immer zuerst die Sniper-Klassen aufs Maximum gelevelt. Außer in diesem Teil, weil da... ...hier war es tatsächlich der Versorger wegen dieser Waffe. Ja, richtig geil, Mann. Gibt denn übelst das Feeling? Boah, Mann, immer ein Kill tot, ein Kill tot, ein Kill tot. An die Täter gibt es die hier, ja. Ich muss aber immer an die Anfangsszene von Soldat James Ryan denken, Alter. Wie heftig diese Waffe eigentlich auch in echt war, Alter. Ja, ich sehe nur Füße. Zwar nicht mein Kill, aber trotzdem übelst zersägt, Alter. Ja, jetzt halten wir sie ja doch gut auf. Boah, Alter. Ja, ich habe irgendwie schon fast gedacht, dass er den wiederbelebt. Boah, wir haben verloren. Oh, Gott. Lauf, Junge. Dann würde ich lieber eigentlich storben, Alter. Das ist doch ewig weit, oder? Da bist du. Boah, immer nur ein Kill, Mann. Das ist doch langweilig. Jo, Mann, den habe ich. Raus mit die Viecher. Oh, da hat die Mauer gefehlt. Geil, Mann. Oh, die kommen hier gleich durch. Oh, sowas von. Boah, geil, Triple Kill. Einfach so. Einfach so. Mir auch noch mit. Ja, wie gesagt, Battlefield-Spieler werden mich dafür hassen, aber... Und dieses Argument ist bei Call of Duty auch sehr verhasst, aber... Diese Waffe spielt man nun mal so, ne? Ist halt so. Sorry, aber ist so. Wieder ein Kill. Nice, Mann. Oh, ich liebe das. Das ist so ein Feeling, Jure. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Außer ihr seid selber so eine Wichser wie ich und macht das auch so. Nice, Mann. Alter, die kommen echt gar nicht mehr durch. Sanitäterin weg. Ah. Battlefield 1 flashbacks. Das ist eigentlich richtig hässlich und mies, was hier passiert, aber... So ist das nun mal. Heftig. Kommt nicht durch. Ah, das Schlachtfest. Ist ja so gut wie vorbei. Oh nein. Ja, als ob das zweimal dieses Kill-Geräusch macht, Alter. Ah, vielleicht schaffen die Gegner es ja doch noch. Ich würde es ihnen gönnen. Ja, die sind schon da. Wie viel zieht das Kill? Hab ich. Boah, das war knapp, Alter. Manchmal stellt die sich nicht auf. Weg mit dem. Oh, jetzt sind sie langsam mal ein A dran. Die sind hier drinnen. Weg mit dir, Alter. Boah, zum Glück habe ich den noch gekriegt, Alter. Ich würde gerne beide wieder beleben, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Naja, schaffe ich auch nicht. So, wir haben so gut wie gewonnen. Auf jeden Fall kann ich mir aufgrund der Länge der Aufnahme, ich bin gerade bei 52 Minuten, vorstellen, dass das Video ein bisschen länger ging. Und dann schreibt doch einfach mal, falls ihr bis zum Ende da wart, Hashtag ich bin der geilste. Also nicht ich, sondern du, weil du es zu Ende geguckt hast. Und ja, da wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und tschüss. Und ja, da wünsche ich euch.